Manchmal ist man in der glücklichen Lage etwas zu entdecken, was offensichtlich die Menschheit nach vorne gebracht hat. Ich bin gerade auf Forschungsreise und habe da ein Lebewesen entdeckt, das die Zwischenstufe zwischen Zweifußstand und Vierfußstand uns noch ganz deutlich zeigt. Ich wusste nicht, dass es noch Exemplare auf der Erde gibt. Sie sind noch nicht so weit, dass sie ganz sicher auf zwei Füßen stehen. Sehr, sehr viele arbeiten noch mit den Händen, auch noch mit dem Kopf. Das heißt eine Vorstufe zum Zweifußstand. Wenn wir uns hier vorstellen, viele 10.000 Jahre später sind wir schon so weit, dass wir die Arme nicht mehr brauchen, auch den Kopf zum Stabilisieren nicht mehr brauchen. Offensichtlich handelt es sich hier um ein Balzritual, allerdings eher um ein Vorbalzritual, denn die Frauen sind hier gar nicht anwesend. Sie stehen nur in zweiter Reihe, wie wir hier sehen. Es handelt sich also um ein rein männliches Ritual. Hier wird die Geschicklichkeit demonstriert, wie schnell man Schlangen ausweichen kann, wie stark man mit seinen Gliedmaßen kämpfen kann. Also alles sehr maskuline und sehr männliche Signale. Es gibt Frauen, die sich von dem massiv angezogen fühlen. Der Mann von ihr muss sie mit kräftiger Hand zurückhalten, da sie ihre Begeisterung fast nicht mehr bremsen kann. Offensichtlich geht es hier nur darum, welches Männlein wird ausgeschlossen, welcher kann sich durchsetzen. Hier sehen wir zum Beispiel, wie sie sich den Platz streitig machen. Eines dieser Männlein macht sich schon bereit. Er beginnt schon seine Federn schön zu richten und im nächsten Moment ist das schon drinnen. Diesem rituellen Handeln geht immer eine strenge Körperpflege voraus. Wir sehen hier bei diesem Herrn links im Vordergrund, er reinigt sich nochmal das Ohr, überprüft seine Fingernägel, reinigt sich seine Beine und auch all seine Hautfalten, bevor er sich dann in den Mittelpunkt drängt und den zweiten männlichen Teilnehmer seiner Gruppe verdrängt. Was geschehen kann, wie schnell es passiert, dass sich jemand aus der Fortpflanzungsreihe selber ausschließt durch zu starkes Balzritual. Sehen wir hier, wie auch bei Vögeln, wenn man zu stark balzt, kann es schon mal zu einem Herzanfall, zu einem Herzinfarkt kommen und hier sehen wir einen Exitus bei diesem Balzritual. Bei diesem Mann ist das Balzritual tatsächlich tödlich ausgegangen. Also hier ganz, ganz starke Kämpfe. Ich halte sie weiterhin am Laufen und versuche auch diese Balzrituale zu lernen.